Nun kommen wir zum letzten Kapitel, dem Aufbau eines Gesamtsystems. Die Herausforderung in der Wasseraufbereitung ist das Delta zwischen Rohwasser und den jeweiligen Prozesseanforderungen, wie wir ganz am Anfang besprochen haben. Hier sehen wir jetzt dann ein kleines Schema, ganz links oben das Rohwasser, rechts unten unser Prozess. Wir haben uns einfach mal ein Beispiel von der typischen Anordnung jetzt rausgesucht. Wir fahren mit unserem Rohwasser erstmal auf eine Filtrationsstufe. Diese ist darum, Rostteilchen, Schmutzpartikel, Sandkörner oder Kalkrückstände zu entfernen. In dem Fall hier sehen Sie einen Sandfilter auf der rechten Seite. Nach der Filtrationsstufe fahren wir auf eine Enteisenung, falls diese notwendig ist, falls Eisen im Rohwasser vorhanden ist. Wird verwendet, um Eisen und Mangan zu entfernen. Hier auf der rechten Seite sehen wir die entsprechende HSF- oder HEF-Serie dazu. Dann fahren wir nach der Enteisenung meist auf eine Enthattungsanlage, alternativ dann auch die an sich Skalant-Variante. Die tauscht dann unsere Kalzium- und Magnesium-Ionen, also unseren Kalk gegen Natrium aus. Nach der Enthattung fahren wir auf ein Aktivkohlefilter, falls dieser benötigt wird, welcher dann Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe, Farbstoffe und Oxidationsmittel entfernt. Nach dem Aktivkohlefilter fahren wir auf unsere Umkehrosmoseanlage, welche dann unsere Salze entfernt, hier auf der rechten Seite dargestellt. Nach der Umkehrosmose, falls die Prozessanforderungen das wünschen, entsprechend eine Elektrodeionisation, um noch mehr Salze zu entfernen, Rückhalt von den Salzen bis an die physikalische Grenze. Und dann haben wir manchmal noch einen Polisher entsprechend, um die letzten Bestandteile herauszuholen. Für mehr Betriebssicherheit oder um die letzten Parameter voll zu entfernen. So, das war jetzt das letzte Kapitel vom ersten Schulungslevel. Wir finden auf unserem Academy-YouTube-Kanal entsprechend noch andere Videos von vergangenen Webinaren, wo Sie sich gerne auch weiter fortbilden können. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Level. Auf Wiedersehen. Musik 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 App pace Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020